Die Website der Woche möchte die Welt aus der Vogelperspektive zeigen. Travel by Drone, also Reisen mit Drohnen, heißt das Projekt. Und der Name ist Programm. Auf einer Weltkarte geben die Besitzer der fliegenden Roboter an, wo ihre luftigen Aufnahmen entstanden sind. Ein Klick öffnet das entsprechende Video auf YouTube oder auf anderen Videoplattformen. Obwohl es die Website erst seit April gibt, ist die Beteiligung riesig. Schon jetzt gibt es tausende Videos von Orten auf allen Kontinenten zu bestaunen. Täglich kommen neue Aufnahmen dazu. Und die machen vor allem eins, richtig Lust auf Reisen.